Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 26.800 US-Dollar. Es ging gestern doch nochmal deutlich tiefer. Long-Position ist ausgestoppt worden. Preisziel gestern wurde knapp verfehlt. Und seitdem dümpeln wir jetzt hier unten rum in der 26.600 US-Dollar-Region. Geht es möglicherweise noch tiefer, wird unser Order-Block bzw. unser kleines Gap, was wir hier unten bei 25.200 US-Dollar noch offen haben, doch noch gefüllt. All das werden wir uns jetzt anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt, Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung drin. Und heute um 14 Uhr kommen die VPI-Daten und da werden wir auf jeden Fall nochmal live gehen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und wie gesagt, 14 Uhr würde ich mich freuen, wenn ein paar von euch dabei sind. Hat auch gestern Abend Spaß gemacht. Könnt euch auch gerne den letzten Livestream von gestern Abend dann auch nochmal anschauen. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 26.800 US-Dollar. Es ging in der Spitze bis auf knapp 26.500 US-Dollar runter. Wir haben gestern darüber gesprochen, Long-Position war bei mir drinnen. Wurde dann, wie gesagt, ausgestoppt, nachdem wir hier drunter unter die 26.700 US-Dollar-Marke drunter gefallen sind. Wir haben das Preisziel hier leider nicht erreicht. War aber möglicherweise auch ein kleiner Fehler von mir. Und zwar hätte ich vielleicht mal gestern das FIP-Level dazuziehen, sondern hätte ich gesehen, okay, Golden Pocket wurde hier erreicht und dann ging es nach unten. Trotzdem, die Ineffizienz nach oben hin wurde nicht gefüllt. Auch dieser Order-Block, der hier oben noch drin ist, die Supply-Zone, wurde nicht angehittet. Das war eigentlich so das technische Preisziel gewesen. Zumindest der Take-Profit 1, wo wir gestern drüber gesprochen haben. Wurde leider nicht erreicht und der Markt ist weiter abverkauft worden. Ironischerweise wurde der Markt abverkauft, obwohl es in den Indizes, wenn wir da mal ganz kurz gucken, erst einmal gar keinen so riesigen Abverkauf gab. Also natürlich, es ging dann erst ein bisschen später weiter runter. Da hat Bitcoin aber schon seinen Move gemacht, so wie hier jetzt beispielsweise Dow Jones, der dann mal kurzzeitig runtergedampft ist und jetzt sich mittlerweile wiederholt hat. Genauso wie der SPX und genauso wie der NDX. Überall das Gleiche. Wir sind weiterhin relativ bullish, nur Bitcoin spielt da momentan nicht so mit. Wenn wir uns jetzt mal auf den 4-Stunden-Time-Frame das Ganze angucken, sehen wir, okay, wir haben unser Golden Pocket verloren. Alles momentan nicht so schlimm. Ziehen wir uns aber jetzt mal das übergeordnete Golden Pocket. Das heißt, von unserem letzten Abverkauf, da müssen wir aber mal hier bis zu unserem Low runtergehen, haben wir noch Luft bis ungefähr 25.600 bis 25.200 US-Dollar. Und das ist, wer sich daran erinnern kann, immer noch so dieser Punkt, wo wir seit Wochen drüber gesprochen haben, dass hier unten immer noch dieses kleine Gap eben offen ist, was meiner Meinung nach immer noch gefüllt werden sollte. Und da könnte es den Kurs jetzt auch im Endeffekt hinziehen. Wichtig, kurzfristig haben wir dieses kleine hier unten mal gefüllt, das war diese grüne Box. Aber an sich haben wir hier derzeit keine wirklichen Chart-Muster, wo ich jetzt sagen würde, okay, perfekt für einen Long-Einstieg. Wir sind in einem klaren Downtrend, da hat sich nichts geändert. Das Einzige, was gefüllt wurde, war dieses kleine Gap nach unten hin. Aber ansonsten ist der Chart abwärts gerichtet. Wir bilden tiefere Tiefs, wir bilden tiefere Hochs. Heißt grundsätzlich alles bearish. Und dann kommt ja heute, 14 Uhr, also 14.30 Uhr, kommt dann noch unsere VPI-Daten aus den USA. Prognose lag oder liegt bei 3,6 Prozent. Letzten Monat war es 3,7 Prozent. Wir haben aber, was man auch dazu sagen muss, deutlich höhere Ölpreise. Wir haben Konflikt nahe im Osten und sowas. Das könnte sich vielleicht jetzt noch nicht auswirken, könnte aber dann wiederum bei den nächsten Zahlen dann wiederum was bedeuten. Wir haben gestern im Livestream schon mal drüber geguckt, CME Group. Also das heißt, unser Zinsentscheid, der jetzt auch schon wieder in 20 Tagen ansteht, gehen alle davon aus, dass es so bleibt bei den Zinsen. Gehe ich auch stark davon aus, sollte sich dieser Konflikt im Nahen Osten immer weiter aufpeitschen und immer weiter gehen. Also momentan alles noch im Griff, trotzdem VPI-Daten heute um 14.30 Uhr sollten wir auf jeden Fall einen Blick drauf werfen, nachdem zuletzt die Daten immer weiter hoch gingen. Es könnte sein, dass hier der zweite Peak, wir hatten in der Vergangenheit immer zwei Peaks in der Inflation, könnte sein, dass dieser im Endeffekt dann, ja, uns jetzt dann noch das Genick brechen könnte. Aber wie gesagt, ist alles ein bisschen Zukunftsgedanke, aber warten wir mal ab. Wie gesagt, heute 14 Uhr gehen wir auf jeden Fall live. Ansonsten, wie gesagt, tut sich bei Bitcoin relativ wenig, muss man fairerweise sagen. Die einzige Chance, die ich derzeit ein bisschen sehe, wäre, dass wir doch nochmal ein bisschen tiefer gehen. Das heißt, unser Tief hier nochmal abgrasen, möglicherweise sogar hier in Richtung 26.200 US-Dollar runtergehen und dann zumindest mal eine kurzfristige Erholung sehen. Hier jetzt in diesem Bereich irgendwie, wir haben das Golden Pocket verloren, wir haben zwar das Gap gefüllt, das war es aber auch, es ist für mich kein Grund, hier eine Long-Position aufzubauen. Grund wäre, wie gesagt, wir haben hier unten mehrmals in dieser Range hier einerseits Support und natürlich auch Widerstand gehabt. Das wäre jetzt die Range, wo ich sagen würde, okay, 26.200 US-Dollar. Wenn wir da runtergehen könnten oder sollten, würde es einigermaßen sogar mit einer Bullish Divergence passen, dann doppelten Boden und dann gebe ich ihm erstmal zumindest eine kleinere Erholung. Früher würde ich momentan keine Long planen. Und wie gesagt, für mich eigentlich der Hauptboden hier erstmal weiterhin bei 25.6 bis 25.2 circa. So, gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Hält sich überraschenderweise deutlich besser als Bitcoin. Wir haben gestern darüber gesprochen, das ist das Ziel, nochmal ein tieferes Tief hier zu bilden, um die Wicks zu füllen, haben wir immer noch nicht gemacht. Würde aber dazu passen, sollte Bitcoin eben nochmal Richtung 26.200 US-Dollar gehen. Aber, man muss sagen, trotz der Abschläge, die Ethereum in den letzten Tagen gehabt hat, halten wir uns hier komischerweise sehr, sehr gut. Woran das liegt, kann ich euch ehrlich gesagt auch nicht erklären. Ist meiner Meinung nach ein bisschen komisch. Aber gut, für mich immer noch bei Bitcoin immer noch so ein bisschen hintergegangen. Okay, die Großen kaufen schon ein für den ETF. Bisschen Frontrunning, bevor es dann an die breite Masse, sag ich mal, verkauft wird. Auf jeden Fall, da bleibe ich erstmal bei meiner Meinung. Wie gesagt, einfach nochmal Richtung 1.544. Setup ist hier unten schon drin. Würde keine Limit-Orders eingehen. Stop-Loss auf jeden Fall unter dieses letzte Tief, was wir hier drüben noch hatten. Und ansonsten war es das erstmal. Also es tut sich wenig. Wie gesagt, 14.30 Uhr heute VPI-Daten. Die werden interessant werden, meiner Meinung nach. Werden sie höher. Könnte das für die Stocks sehr, sehr negativ sein. Für den DXY, der übrigens genau dieses Fake-Out, was wir im Wochenausblick derzeit haben, jetzt gemacht hat. Wird es auch noch interessant werden, weil sollten die VPI-Daten nach oben gehen, denke ich würde der Dollar auch nochmal deutlich nach oben hin pushen. Ja, ansonsten gibt es, wie gesagt, wenig zu sagen. Warten wir erstmal mal ab. Ich würde sagen, wir hören uns dann um 14 Uhr wieder. Ja, 14 Uhr gehen wir live. 14.30 Uhr sind dann die Daten. Und ja, würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann würde ich sagen, bis später. 14 Uhr live dann. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.